Von der Agenda machen wir gleich eine kurze Vorstellung und gehen dann rein in den Überblick über die KfN-Förderung, also geben einmal einen Abriss, warum wird das Förderprogramm eigentlich jetzt angepasst, wie sind die Förderkonditionen und ich bin mir gar nicht sicher. Die Transkription gestartet, nicht die Aufzeichnung, einen Moment. Doch, Aufzeichnung läuft auch. Gut, genau. Und ich gehe dann rein und erkläre Ihnen etwas zum QNG-Siegel, was das QNG eigentlich ist, welche Anforderungen erfüllt werden müssen, mit welchen Zertifizierungssystemen man das QNG erwirken kann und wie dann am Ende auch der Zertifizierungsprozess im Kern aussieht. Genau, zu mir. Mein Name ist Florian Bruscolini. Ich bin 30 Jahre alt, jetzt seit mittlerweile einem Jahr bei der TÜV Süd-Advimo tätig. Die TÜV Süd-Advimo ist eine 100% Tochter im TÜV Süd AG-Konzern. Wurde 2016 gegründet mit dem Fokus, eben eine Beratungsgesellschaft im TÜV-Umfeld aufzubauen. Einfach aus der Problematik heraus, wer in Deutschland als Sachverständigen tätig ist, darf eigentlich gesetzlich nicht beraten. Und da war aber doch ein großes Feld und großes Potenzial. Und deswegen hat man dann eine Beratungsgesellschaft gegründet, die im Immobiliensektor, also im Real Estate-Bereich, komplett beratend über die gesamte Wertschöpfungstiefe einer Immobilie hinweg tätig ist. Das heißt, wir haben recht großes Asset- und Property Management. Wir haben eigenes Liftbetriebsmanagement und eben auch eine große Nachhaltigkeitsberatung, wo ich selber angesiedelt bin. Meine Tätigkeit liegt da im Sales- und Business-Development unserer Nachhaltigkeitsdienstleistungen im Kern. Bei mir im Team das Thema Gebäudezertifizierung, auch QNG-Siegel. Und mit dem Schwesterteam, mit der Technical Advisory Service sind wir dann im ESG-Bereich beratend tätig. Genau, dann starten wir auch schon mit dem Überblick über die neue Förderung. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, warum das Förderprogramm eigentlich jetzt überarbeitet wurde. Wenn man sich den Gebäudebestand anschaut und auch anschaut, welcher Sektor eigentlich für die momentanen Emissionen von Treibhausgasen mitverantwortlich ist, dann ist es ganz klar der Gebäudesektor, der mit 36 Prozent wesentlich zu den Treibhausgasen beiträgt. Und da ist es wirklich ein Problem der Bestandsimmobilien, weniger der Neubauimmobilien, was man halt auch hier nochmal sieht. Wenn man bis 2045 klimaneutral werden möchte, da muss man eben insbesondere den Bestand ertüchtigen. Da halt 85 bis 95 Prozent der Gebäude, die heute stehen, auch in 2050 noch existieren. Und da ist der energetische Zustand bisher vergleichsweise schlecht und es gibt auch bisher wenig Anreize, vor allem wirtschaftlicher Natur, das Gebäude zu ertüchtigen. Und bisher war es so, dass Neubau stark gefördert wurde, dass auch keine besonders starken Anforderungen eigentlich an die Neubauten gestellt wurden, um wirklich hohe Fördermittel abzugreifen. Und das hat sich jetzt halt geändert. Man trägt dem Ganzen also etwas Rechnung, dass man wirklich die Bestandsertüchtigung jetzt stärker fördern möchte. Das ist auch ein ganz klares Ziel der Bundesregierung. Wird man gleich auch bei den Fördertöpfen nochmal sehen, wie dann die Fördermittel verteilt werden auf Neubaufördermittel und Bestandsfördermittel. Vielleicht hier nochmal ein kurzer Abriss, was eigentlich mit dem Förderprogramm vor kurzem passiert ist. Dass man auch nochmal sich vor Augen führt, wie schnelllebig und komplex die Fördermittellandschaft mittlerweile geworden ist. Letztes Jahr, 24. Januar, wurde die BEG-Förderung, also das Förderprogramm Bundeseffiziente Gebäude, ohne große Vorankündigung direkt gestoppt. Einfach, weil die Haushaltsmittel zu dem Zeitpunkt aufgebraucht waren und man die Anfragen eigentlich schon nicht mehr bedienen konnte. Man hat dann versucht, wieder neue Haushaltsmittel freizugeben. Das hat dann am 22. Februar für die Sanierungsförderung geklappt. Am 20. April wurde auch die Neubauförderung wieder aufgenommen. Aber hier wurden die Förderkonditionen, die Fördersätze dann eben zum 28. Juli schon drastisch reduziert. Da gab es auch die ersten Änderungen, dass zum Beispiel Direktzuschüsse nicht mehr zur Verfügung standen. Dass es dann in dem Zusammenhang für Neubauförderung auch schon nur noch zinsvergünstigte Förderkredite gab. Und hat jetzt zum 1. März eben das Förderprogramm grundlegend überarbeitet. Und seit dem 1. März wird der Neubau jetzt über das klimafreundliche Neubauförderprogramm gefördert. Und der Bestand, die Sanierung, läuft weiterhin über die BEG-Förderung. Wenn wir uns die Fördertöpfe anschauen, sieht man schon ein starkes Missverhältnis. Nämlich nur 1,1 Milliarden Euro, die für Neubaufördermittel jetzt zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu 13 Milliarden Euro für Sanierungsmaßnahmen. Da sieht man also auch das ganz klare Ziel der Bundesregierung, dass eben die Sanierung doch attraktiver gemacht wird, dass mehr Anreize gesetzt werden. Bei den Neubaufördermitteln ist es ein vergleichsweise kleiner Topf. Dabei muss man natürlich berücksichtigen, dass es keine Direktzuschüsse mehr gibt, sondern tatsächlich nur noch zinsvergünstigte Kredite. Aber auch da ist die Frage, wie lange dieser Fördertopf an der Stelle ausreichen wird. Vor allen Dingen die Verteilung innerhalb der 1,1 Milliarden finde ich auch noch recht interessant. Da sind nämlich 100 Millionen Euro nur für Nichtwohngebäude vorgesehen und 650 Millionen Euro für Wohngebäude. Zusätzlich gibt es noch eine Wohneigentumsförderung. Das ist für Privatleute, für Familien mit einem Kind bis zu einem Haushaltseinkommen von 60.000 Euro brutto, die dann eben den Neubau oder auch den Ersterwerb einer Immobilie darüber mit fördern lassen können. Wenn wir einen Blick auf die Konditionen werfen, habe ich es hier unterteilt. Linke Seite für die Wohngebäude, rechte Seite für die Nichtwohngebäude. Auch hier die Abkürzung KFWG, also klimafreundliches Wohngebäude und KFNWG, klimafreundliches Nichtwohngebäude. Beide Fördertöpfe dienen dem Neubau und auch dem Erstkauf von Immobilien und sind für Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und auch andere Investoren zugänglich. Also im Kern ein recht zugängliches Förderprogramm. Und was jetzt wichtig zu erwähnen ist, es gibt keine direkten Zuschüsse mehr, also keine Tilgungszuschüsse mehr. Es gibt wirklich nur noch zinsvergünstigte Förderkredite, die aber in dem momentanen Zinsumfeld dann doch wieder interessant sind. Wenn man jetzt eine normale Finanzierung gerade abschließt, ich würde sagen, liegt man irgendwo bei einer 10-Jahres-Zinsbindung ungefähr zwischen 3 und 4 Prozent. Und hier ist es tatsächlich möglich, eben im Rahmen der Förderung noch einen effektiven Jahreszins von 0,28 Prozent für Wohngebäude und 1,5 Prozent für Nichtwohngebäude zu erhalten. Das ist aber immer stark davon abhängig, wie lange dann auch die Laufzeit gewählt wird und insbesondere die Zinsbindung gewählt wird. Das wäre dann auch wiederum hart, der mit dem Energieeffizienz-Experten und auch dem Finanzierungspartner abzustimmen wäre. Deswegen das, was ich gerade vorweg erwähnt hatte, wir machen keine Fördermittelberatung. Von daher würde ich da auch gar nicht jetzt näher drauf eingehen. Interessanter sind dann die Förderhöhen, nämlich bei dem Wohngebäude ist es möglich, 100.000 Euro einen Förderkredit zu beantragen ohne den Nachweis eines Gebäudezertifikats und bis zu 150.000 Euro mit dem Nachweis für ein Gebäudezertifikat, also mit dem QNG-Siegel. Bei Nichtwohngebäuden liegt dann die Förderhöhe bei 2.000 Euro ohne QNG und bis zu 3.000 Euro pro Quadratmeter Netto-Grundfläche mit QNG. Das Ganze dann aber limitiert auf 10 Millionen und 15 Millionen Euro je Bauvorhaben. Vielleicht auch da nochmal wichtig zu erwähnen, in der BEG-Förderung war es zuletzt nicht mehr möglich, den Neubau ohne den Nachweis der sogenannten Nachhaltigkeitsklasse fördern zu lassen. Die Nachhaltigkeitsklasse hat man damals dann auch mit dem QNG nachgewiesen. Jetzt im Rahmen der KfN-Förderung ist es wieder möglich, den Neubau auch ohne ein Gebäudezertifikat, also ohne das QNG, fördern zu lassen. Im Rahmen des KfN werden dann unterschiedliche Anforderungen gestellt. Die Grundanforderungen, also ohne das QNG, beziehen sich im Kern darauf, Grenzwerte in Bezug auf Treibhausgasemissionen und Primärenergie im Lebenszyklus des Gebäudes einzuhalten. Welche Grenzwerte das sind, zeige ich dann anschließend nochmal, insbesondere für Wohngebäude. Bei Nicht-Wohngebäuden ist es aktuell noch ein Stück weit schwierig, die Grenzwerte zu definieren, da es einfach da sehr stark abhängig ist von Assetklasse und der Größe der Immobilie. Grundvoraussetzung ist auch die Erreichung des Effizienzhausstandards 40 und insbesondere die Nutzung von erneuerbaren Energien. Also für die Wärmeerzeugung dürfen fast keine fossilen Energieträger mehr dann eingesetzt werden. Möchte ich dann die volle Förderhöhe abgreifen, also die Förderung mit QNG, dann muss ich die drei Grundanforderungen erfüllen und zusätzlich noch ein Gebäudezertifikat, ein Nachhaltigkeitszertifikat erwirken. Welche das sind, zeige ich dann gleich im Rahmen der QNG-Siegelvorstellung. Um das Ganze noch zu vervollständigen, ein Grobabriss der Ablauf der Förderung, insbesondere der Beantragung. Da ist es wichtig zu erwähnen, dass man den Energieeffizienz-Experten für die Antragstellung benötigt. Nur der Energieeffizienz-Experte ist entsprechend berechtigt, den Förderantrag bei der KfW mit einzureichen. Dieser prüft im Vorfeld sämtliche Anforderungen und muss auch bestätigen, dass das Gebäude diese Anforderungen erfüllen wird. Wenn wir also auch auf die QNG-Förderungen abzielen, eben auch bestätigen, dass das Gebäude in der Lage ist, eine entsprechende Gebäudezertifizierung zu erhalten. Und reicht dann den Förderantrag entsprechend ein, den man dann mit seinem Finanzierungspartner spricht, den Kredit durchspricht und kann dann im dritten Schritt mit der Durchführung des Bauvorhabens beginnen. Auch erst dann dürfen Leistungen vergeben werden. Und wenn dann alle Maßnahmen abgeschlossen sind, ist es Aufgabe des Energieeffizienz-Experten, die durchgeführten Maßnahmen entsprechend zu prüfen. Ob das, was im Förderantrag eingereicht wurde, auch in der Realität umgesetzt wurde. Füllt dann das Formular Bestätigung nach Durchführung aus, reicht das Ganze dann bei dem Finanzierungspartner und bei der KfW ein und dann werden die Fördermittel ausgezahlt. Genau, damit kommen wir jetzt zum QNG-Siegel und den Anforderungen. Eingangs nochmal, was ist das QNG, das Qualitätssiegel, nachhaltiges Gebäude? Eigentlich ist es ein seit 2021 etabliertes staatliches Qualitätssiegel für Gebäude, was vom Bundesministerium für Wirtschaft entwickelt und auch eingeführt wurde. Und welches besondere Anforderungen und allgemeine Anforderungen an Gebäude stellt und diese ganzheitlich nachhaltig betrachtet. Das heißt also, insbesondere die Säulen Ökologie, soziokulturelle Kriterien und auch ökonomische Qualität von Gebäuden werden hier mit berücksichtigt. Das Ganze setzt sich dann zusammen aus den allgemeinen Anforderungen. Diese werden im Rahmen eines klassischen Gebäudezertifizierungssystems mitgeprüft. Dieses Zertifizierungssystem muss DAX-akkreditiert sein. Und zusätzlich werden dann besondere Anforderungen gestellt. Diese werden übergeordnet über alle Zertifizierungssysteme hinweg, separat geprüft und einheitlich auf Grenzwerte geprüft. Also in den Zertifizierungssystemen prüft man wiederum auf die eigenen Kriterien, auf die eigenen Vorgaben. Und die besonderen Anforderungen sind über alle Systeme hinweg gleich und müssen dann eben zu der normalen Zertifizierung zusätzlich oder ergänzend noch durchgeführt werden. Das QNG gibt es in zwei unterschiedlichen Niveaus. Es gibt das QNG Plus und das QNG Premium. Das QNG Premium hat deutlich stärkere Anforderungen, insbesondere an die Erfüllung der besonderen Anforderungen, also stärkere Limits, Grenzwerte, die da gesetzt werden. Das QNG Premium führt aber nicht dazu, dass man ein höheres Fördervolumen, bessere Förderkonditionen erreicht. Die DAX-akkreditierten Zertifizierungssysteme unterscheiden sich auch nach Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude. Bei den Wohngebäuden stehen aktuell drei Systeme zur Auswahl. Das ist ganz klassisch die DGNB, die gerade im Neubau natürlich Marktführer und absoluter Branchenstandard ist. Ergänzend gibt es dann noch das NAVO-System, was grundlegend anders funktioniert als das DGNB-System. Im Kern baut es natürlich auch auf ähnlichen Kriterien auf, aber der Bewertungsgrundsatz ist ein ganz anderer. Im DGNB-System habe ich verschiedene Kategorien, verschiedene Kriterien, die prozentual bewertet werden, wo ich entsprechend auch Kategorien ausgleichen kann. Ich muss also nicht alle Kriterien erfüllen oder gut sein, um am Ende ein gutes Zertifikat zu erwirken. Für die Förderung reicht an der Stelle übrigens DGNB-Silber aus. Bei dem NAVO-System gibt es eine Reihe an Anforderungen, an Kriterien, die alle mindestens erfüllt sein müssen. Da ist also die Bewertungslogik erfüllt, übererfüllt oder deutlich übererfüllt. Anders als bei der DGNB habe ich hier nicht die Möglichkeit, ein Kriterium nicht zu erfüllen und durch ein anderes dann auszugleichen. Auch hier reicht das erfüllt aus. Also übererfüllt und deutlich übererfüllt führt auch nicht zu besseren Förderkonditionen. Im Wohnsegment gibt es dann noch ein untergeordnetes Gebäudesystem, Zertifizierungssystem, das Birnbau-Institut. An der Stelle muss ich aber sagen, dass wir da noch keinerlei Erfahrung mit gesammelt haben. Wäre für mich im Nachgang auch nochmal interessant, ob das bei Ihnen schon mal zum Einsatz gekommen ist und ob da schon Erfahrungen bestehen. Im Nichtwohngebäudebereich absolut gesetzter Standard für Neubauen ist die DGNB und ist meiner Meinung nach auch das einzige Zertifizierungssystem, was hier sinnvoll zum Einsatz kommen kann. Es gibt zwar noch das Zertifizierungssystem der Steinmeißakademie, also von einem Institut, aber auch da ist es ähnlich wie beim Birnbau-Institut. Da haben wir bisher noch keinerlei Erfahrung mit gesammelt. Wäre für mich im Nachgang auch nochmal interessant, da vielleicht von Ihnen zu erfahren, wie die Erfahrungen sind. Jetzt im Schnelldurchgang würde ich gerne die Grundanforderungen darstellen. Das sind die Anforderungen, die in allen Zertifizierungssystemen abgeprüft werden, aber immer in der Logik des jeweiligen Zertifizierungssystems. Müssen allerdings vorhanden sein. Das ist aber hier ergänzend dargestellt, dass Sie im Nachgang, wenn Sie Präsentationen erhalten, da nochmal detailliert reinschauen können. Jetzt hier soll es auch aufgrund der Zeit nur ein Gespür dafür vermitteln, welche Kriterien, welche Einflussfaktoren beim Neubau aktuell wichtig sind. Insbesondere mal ein Gespür dafür zu vermitteln, dass es, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, nicht nur über den energetischen Part geht, sondern dass hier wirklich ein ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz betrachtet wird, wo es dann auch um Themen geht, wie eben hier schon gezeigt. Die Nutzeranforderungen, wo es dann um Barrierefreiheit geht, Innenraumlufthygiene, also wirklich, wo der Nutzer im Vordergrund steht. Wir haben ökonomische Qualitätsanforderungen, wo dann die Kosten über den Lebenszyklus der Immobilie hinweg betrachtet werden. Das heißt insbesondere das Thema Wertstabilität, aber auch die Anpassbarkeit und Umnutzbarkeit der Immobilie. Und zusätzlich wird auch die ökologische Qualität in den jeweiligen Zertifizierungssystemen mit untersucht. Das heißt also, welche Umweltauswirkungen hat denn die Immobilie eigentlich über den Lebenszyklus? Da geht es halt um Treibhausgaspotenziale, insbesondere CO2-Emissionen. Wie viele Ressourcen werden in Anspruch genommen und welche Schad- und Risikostoffe werden eben in das Gebäude eingebracht? Zusätzlich gibt es dann die technische Qualität, wo es dann auch um die Gebäude und auch die Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit der Baukonstruktion geht. Wir haben die Prozessqualität, wo die Planung, Bau und Inbetriebnahme des Gebäudes stärker mit betrachtet wird und den Komfort und auch die Funktionalität des Gebäudes. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema. Gerade Barrierefreiheit wird bei allen Systemen gerade sehr stark in den Fokus gerückt. Ist auch ein wichtiges Thema im Rahmen des QNG-Siegels. Das führt bei dem DGNB-Zertifizierungssystem auch schnell dazu, dass eine Zertifizierung nicht mehr erreicht werden kann. Von daher sind das Themen, die in der Planung eines Neubaus schon jetzt mit berücksichtigt werden sollen. Wo wir dann als Auditor, sowohl für DGNB, aber auch für NAVO, dann in die Planung und in die Beratung eines Neubaus schon mit einsteigen und Ihnen dann auch die entsprechenden Planungskriterien und Leitfaden mit an die Hand geben. Wie man dann recht kostenneutral die Planung so aufbauen kann, dass man wirklich ein gutes Zertifikat erwirkt, dass man das QNG-Siegel erhält und tatsächlich auch ein gutes, funktionales und nachhaltiges Gebäude baut. Zusätzlich wird die Ressourcenanspruchnahme und die Umweltwirkung betrachtet. Das heißt Flächenanspruchnahme, Versiegelungsflächen und die Reduktion von Risiken für die Gesundheit. Darüber hinaus betrachten wir Effizienz, Kosten und die langfristige Wertstabilität und zusätzlich noch den Planungsprozess und auch die Bewirtschaftung der Immobilie im Detail. Spannender sind jetzt aber die besonderen Anforderungen. Die über alle Zertifizierungssysteme übergeordnet geprüft werden. Auch hier gibt es eine Unterscheidung nach Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden. Im Kern sind jetzt hier auch erstmal die Grenzwerte für die Wohngebäude dargestellt. Es werden also Kriterien und Anforderungen gestellt an die Treibhausgasemissionen. Im Kern bei Wohngebäuden sind das hier konkret 28 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter und Jahr, die nicht überstiegen werden dürfen. Beim Primärenergiebedarf darf es nicht mehr als 96 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr sein. Das sind Werte, die Sie gemeinsam mit dem Energieeffizienz-Experten dann festlegen und kalkulieren. Der Energieeffizienz-Experte muss die Einhaltung dieser Anforderungen dann entsprechend auch bestätigen. Zusätzlich werden die Baumateriale untersucht. Das heißt, Datenblätter werden eingesammelt zu allen Materialien, die im Bauwerk eingebracht werden. Es ist wichtig, das vernünftig zu dokumentieren und auch diese Datenblätter für die Gebäudezertifizierung parat zu haben, als Nachweis mit einzureichen. Die Barrierefreiheit wird auch übergeordnet geprüft. Wir haben einmal die Barrierefreiheit innerhalb des Zertifizierungssystems und übergeordnet die Anforderungen, dass eben sieben der acht Anforderungen, die quasi hier als Standard-Ready-Besuchs geeignet definiert sind, dann eingehalten werden. Diese Anforderungen und auch die Grenzwerte finden Sie alle auf der QNG-Seite. Da gibt es dann noch ein entsprechendes Merkblatt. Auch bei der KfW sind diese Grenzwerte und die Anforderungen noch mal hinterlegt. Wir schicken aber auch im Nachgang, wenn also die Folien zum Webinar verteilt werden, auch noch mal zwei Links mit, wo Sie dann diese Datenblätter auch finden. Ergänzend wird dann noch die nachhaltige Materialgewinnung mitgeprüft. Und hier ist die Anforderung, dass mindestens 50 Prozent der eingebauten Hölzer aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft stammen. Bei Nichtwohngebäuden gibt es dann zwei weitere Kriterien oder Anforderungen, die mitgeprüft werden müssen und berücksichtigt werden müssen. Das ist einmal die Risikoanalyse von Naturgefahren. Hier mal mindestens für die Naturgefahren Wintersturm, Hagel, Hitze, Starkregen, Blitzschlag, Schneelast, Hochwasser und Radon. Also alle relevanten Risiko- und Naturgefahren, die in Deutschland so vorkommen. Zusätzlich gibt es dann noch die Anforderung, dass die Dachfläche begrünt wird und hier eben zumindest 50 Prozent. Diese Grenzwerte variieren ein Stück weit. Für das QNG Plus habe ich die Grenzwerte gerade schon vorgestellt. Das QNG Premium sieht man hier hat etwas stärkere Anforderungen. Da sind es dann nicht 24, sondern 20 Kilogramm CO2-Äquivalent. Und bei der Primärenergie eben nicht 96 Kilowattstunden, sondern 64 Kilowattstunden. Das bringt aber für die Förderkonditionen keinerlei Vorteil, denn diese werden dadurch nicht erhöht. Also es bringt eigentlich außer für das eigene grüne Gewissen keinen Vorteil, diese Grenzwerte einzuhalten. Genau, kommen wir abschließend noch zum Zertifizierungsprozess. Dieser startet im ersten Schritt mit dem Beantragen, Anmelden und dem Planen sowohl der Förderung, aber auch der Gebäudezertifizierung. Da kommen wir dann ins Spiel. Also für den Förderantrag wird der Energieeffizienz-Experte benötigt. Dieser sollte dann im Optimalfall bei Fördermittelantrag auch schon ein Pre-Assessment durchführen lassen, was wir wiederum durchführen könnten oder der Auditor des jeweiligen Zertifizierungssystems dann entsprechend durchführt. Im Rahmen von diesem Pre-Check, einem Pre-Assessment, wird also die Planung, das Objekt, auf die jeweiligen Zertifizierungskriterien vorgeprüft. Und es kommt dann zu einer Einschätzung, die Planung, das Objekt ist gerade in der Lage, die Zertifizierungsanforderungen nach DGNB Silber, Gold oder Platin zu erfüllen und erfüllt damit auch die Anforderungen nach QNG. Dann wird dieser Antrag gebündelt eingereicht und wir würden dann gemeinsam noch Ziele und auch Verantwortlichkeiten und Termine für die weitere Zertifizierung entsprechend festlegen. Im zweiten Schritt werden dann die Bauleistungen in den Bauphasen vergeben und auch hier würden wir entsprechend bei der Formulierung von Anforderungen bei der Auftragsvergabe mit unterstützen und auch Leistungsverzeichnisse entsprechend mit optimieren. Da geht es halt insbesondere darum, Schad- und Risikostoffe zu vermeiden, also welche Baumaterialien dürfen mit eingebracht werden, wie ist das Thema auch, Barrierefreiheit mit einzuplanen, wie kann man es auch überprüfen. Das sind also Sachen, wo wir dann entsprechend im Leistungsverzeichnis Anforderungen, Kriterien mit an die Hand geben. Und im dritten Schritt geht es dann um die Fertigstellung und die finale Zertifizierung. Das heißt, wenn das Gebäude fertiggestellt ist und alle Baumaßnahmen abgeschlossen sind, dann kommt es zur finalen Bewertung. Die Dokumente werden eingesammelt, die Dokumentation wird zusammengestellt und dann wird alles gebündelt bei der jeweiligen Zertifizierungsstelle zur Konformitätsprüfung eingereicht. Wenn wir im DGNB Beispiel sind, würden wir als Auditor das Projekt dann entsprechend aufbereiten, bei der Zertifizierungsstelle zur Konformitätsprüfung einreichen. Dort auch direkt mit vermerken, dass das QNG auch erteilt werden soll und von da an übernimmt dann die DGNB die Zertifikatserteilung und auch die QNG-Ausstellung. Und das Ganze kann man dann gebündelt über den Energieeffizienz-Experten wiederum bei seinem Finanzierungspartner und bei der KfW einreichen und das Ganze als Nachweis für die Förderung dann verwenden. Genau, damit sind wir für heute auch am Ende von dem Webinar. Ja, damit sind wir für heute auch am Ende von dem Webinar.